So, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Minecraft. Ja, wie ihr sehen könnt, wir werden uns auf einem Server befinden. Die IP-Adresse spielt hier keine Rolle, weil es eh ein Offline-Server ist. Was kann ich noch dazu sagen? Ach, ich habe die Musik vergessen, kann ich dazu sagen. Und ich kann noch sagen, dass wir auf jeden Fall zu dritt sein werden. Eigentlich sind da schon zwei Leute drin, das wird jetzt nur gerade aus irgendeinem Grund nicht angezeigt. Ich kann nochmal aktualisieren, klicken da, jetzt sind zwei Leute drin. Tja, und wir spielen auf einem Texture-Pack, wie ihr sicherlich gut erkennen könnt. So, Moment, ich brauche noch schnell die richtige Playlist. Hier ist etwas zu laut. So, jetzt sieht das doch ganz gut aus. So, ich muss mal auf meinem Headset noch ein bisschen lauter machen. Damit ihr mich besser hört. Genau, so. Ja gut, dann geht's mal los. Und selber betreten. So. Aha, wir spawnen also in der Wüste. Sehr interessant. Da ist gleich Zuckerrohr. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Ich bräuchte ein paar Seeds, können wir auch gleich mitnehmen. So, hier, Zuckerrohr. Ich brauche da noch gleich Holz. Es ist wohl gerade schon eine Weile Tag. Wir haben jetzt gerade so ziemlich Mittag. Na, scheiße, wo ist denn hier... Ah, da hinten sehe ich Wald. Also, gehen wir doch mal... Ist jetzt schon wieder Nacht? Nein, das sieht nur so aus. Ach, weil das hier so Sand ist. Das ist Sand, der durch die Gegend fliegt. Sehr, sehr interessant. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Tja, wir spielen hier auf dem Texture Pack, wie ich vorhin glaube ich schon erwähnt habe. Und zwar ist das Misa's Realistic. Ist das ein HD-Texture Pack? Äh, ja gut, drücken wir doch mal E. Ah, Heldentat vollbracht. Ach ja, und wir spielen auf dem Standard-Deutsch-Pack. Ich glaube, das muss ich sowieso dann selber mal ändern. Weil das rechts teilweise bescheiden klingt. Äh, hacken wir doch einfach mal Holz. Brauchen wir jetzt eh. Achja, und falls ihr euch fragt, wo die anderen sind... Ui, gleich nochmal. Ähm... Die sind... Moment... Oh! Da ist wohl jemand gestorben. Vielleicht zählen wir denjenigen jetzt gleich. Mal gucken. So... Nein! Ach komm schon! Äh... Da ist noch ein Holzstückchen. Buddeln wir jetzt mal kurz ein bisschen Dreck. So, vier müssten reichen. Das da noch weghauen. So... Äh... Ja... Gut... Dann hier natürlich... Sollten wir mal langsam anfangen unser... Haus zu bauen. Aber vorher hacken wir noch einen Baum weg. Der da kommt weg. Und der hier kommt weg. Und der hier kommt weg. Und der da kommt weg. Und der hier kommt weg. Der da kommt auch noch weg. Und wenn das Teil dann weg ist, dann hacken wir uns den da unten auch noch weg. so holen uns das gute stück noch dann haben wir mal 15 holz das sollte für eine weile reichen wohl wie spät ist es denn ich sehe die sonne nicht doch da ach wir haben noch zeit dann packen wir doch noch ein bisschen mehr holz auch wenn das jetzt recht öde ist naja ok ach ja bevor ich es noch vergesse ihr dürft natürlich immer mitentscheiden was wir hier bauen sollen oder was ich hier bauen soll die anderen müssen das selbst entscheiden ob sie vorschläge annehmen oder nicht ihr dürft das einfach dann auf die entweder unter den youtube kommentaren am besten schreibt jetzt mal dahin die werde ich denke ich am ehesten lesen oder ihr schreibt das ganze irgendwie als mail an mich können natürlich auch gerne machen ich werde dafür eine extra mail adresse einrichten die es existiert bis jetzt noch nicht aber ich sage euch dann bescheid wie sie heißt ja was kann man noch sagen die anderen beiden spieler ein habt ihr schon gesehen wie er heißt er nennt sich space 1900 immer noch glaube ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher habe ich das jetzt bekommen keine ahnung naja egal wird schon letztendlich dann runterfliegen denke ich mal und die saplings holen wir uns natürlich auch noch also die setzlinge muss ich ja sagen ich plan war ja immer noch in englisch weil ich das in englisch gewöhnt bin hier zu spielen und irgendwie die cater ist hier gerade ziemlich langsam und wir haben hier winterlandschaft ist mir noch gar nicht aufgefallen das und da hinten ist laubwald wie es scheint naja dann bauen wir uns jetzt hier mal irgendwo hin wo bauen wir uns denn hinten ach bauen wir uns doch gleich hier hin da kann man sich da schön an den berg hin pflanzen und da ist auch gleich eine kleine höhle sehr praktisch ja gut dann zack erstmal so plopp ha bastelstunde jetzt wird gebastelt leute und space 1900 ist schon wieder gestorben das ist ja langsam echt bitter und wir sollten mal glaube ich für nahrung sorgen hier irgendwie dann mal aber hier sind überhaupt keine tiere naja müssen wir später gucken vielleicht pflanzen wir es auch gleich was an so kann ich eh mal alles verpulvern hier ein paar sticks und dann hier noch eine spitzhacke ach und eventuell ein schwert könnte ich mir noch gleich basteln oder basteln uns mal gleich zwei obwohl das lassen wir mal kurz denn wir hacken jetzt hier uns einfach mal ganz kurz ein wenig stein heraus indem wir uns hier die treppe nach unten bauen hopp 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 und da noch mal rein und da rein ne ja das space man's und haben wir bis jetzt noch nicht gesehen wie es scheint schauen wir mal wann er auftaucht ja das ist natürlich unpraktisch hier tja wie viel stein haben wir denn jetzt hat acht das ist noch etwas zu wenig gut dann hacken wir uns hier eben durch den berg und da ist gleich gravel gravel ja der eine oder andere kennt das wort sicherlich naja tja ach nö stimmt der fliegt mir jetzt immer entgegen hier da kann ich jetzt eigentlich gerade drauf verzichten so und hier runter noch und hier runter so haben wir jetzt 20 stein das sollte reichen für das was ich jetzt vorhabe denn wir bauen uns erstmal einen kleinen unterschlupf äh wo zur hölle da steht unsere crafting box die verwenden wir gleich als wand auch noch ach verflucht ich will hier muss nochmal kurz hin ich wollte ja jetzt einmal ach zwei schwerter wollte ich mir basteln aus stein so das ganze gerümpel da mal rausräumen brauchen wir gerade eh nicht ach und ich wollte mir jetzt noch ähm so eine zwei wohl eine steinspitzhacke machen wir uns auch noch und dann brauchen wir gleich nochmal holz und dann machen wir uns auch gleich noch mal zwei steinexte so tja also falls ihr auch wünsche bei der playlist habt beispielsweise dürft ihr sie auch sehr gerne äußern ich freue mich über jeden kommentar der solche ach du scheiße wir sollten uns mal ganz kurz hier einen kleinen unterschlupf bauen so das ist zwar sehr klein und etwas unpraktisch moment ich baue mal schnell noch eine tür so eine tür die ach ich bin nicht doof ich habe ja hier plopp so ganz kurz hierher und dahin tja falls ihr auch irgendwelche mod wünsche oder so etwas habt ich muss sagen ich bin eigentlich ähm bis jetzt noch habe bis jetzt noch nie mit mods gearbeitet ähm daher werde ich mich da wohl erst etwas einlesen müssen also verzeiht es mir wenn das etwas dauert aber selbstverständlich dürft ihr auch da wünsche äußern falls ihr natürlich welche habt wenn ihr keine habt dann ist es ja etwas sinnfreier auch wünsche zu äußern oder dann mods zu installieren allerdings muss ich dazu sagen ich werde auch ganz klar schauen welche mods kann ich installieren und welche mods will ich installieren denn ähm tja wie soll ich sagen äh ach verflucht das reicht uns unser Stein nicht ganz naja bauen wir uns mal weiter hier rein und ich glaube oder hacken wir erstmal das nochmal weg schnell das ist ja leicht misslungen hier dann können wir die ganze wand hier nochmal rausruppen dann können wir die ganze wand hier nochmal rausruppen so wir machen unseren raum hier etwas größer würde ich sagen wir können ihn sogar gleich auskleiden richtig gut da wir uns einiges in holz geholt haben am anfang oder eigentlich noch ich so komm her hier rein so und dann machen wir hier mal holzboden draus oh ich glaube hier gehts bergab naja gut das können wir ja mal später gucken ach shit da wollte ich das Ding ja gar nicht hinpflanzen denn der holzboden muss ja denn der holzboden muss ja ach doch das war sogar richtig fast so hier ja den erdklumpen muss ich jetzt nochmal lassen den können wir ja später austauschen so 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 tja und dann hier natürlich noch einmal und ich würde sagen nach da hinten bauen wir uns jetzt noch etwas weiter jetzt wollte ich glaube ich kurz mal die crafting box irgendwo hinstellen die stellen wir jetzt doch einfach mal hier in die Ecke ach ich wollte doch nicht kein Holzstück da hinstellen ich wollte die crafting box da hinstellen vielen dank so dann hier weiter graben ähm tja ich habe einfach mal eine playlist jetzt dazu angemacht wie man sicherlich sehr gut hören kann und wie ich glaube ich auch schon am Anfang die ich gleich am Anfang vergessen hatte hm ne noch kurz zu der Folgenlänge bevor ich das jetzt vergesse die Folgenlänge ich denke ich werde sie so ähm jeweils zwischen 10 und 15 Minuten machen je nachdem wie gerade mein Schnitt passt ähm und ich antworte mal ganz kurz das ist anders äh äh gut